Einen wunderschönen guten Abend. Heute war das doch ein spätsommerlicher Tag und vielleicht waren sie draußen unterwegs, vielleicht sogar im Wald. Und Herbstzeit, das ist ja auch Pilzzeit. Wenn Sie Pilze sammeln möchten, bitte nur, wenn sie sich wirklich gut auskennen. Das kann ja lebensgefährlich sein, wenn man zum Falschen greift. Aus Versehen. Das ist ein Parasol. Und das Bild ist vom heutigen Tage, also von heute Nachmittag. Ich verrate natürlich nicht, wo, Pilzsammler wissen, man verrät nie, wo man seine Pilze gesammelt hat. Es ist ja die Zeit auch für Steinpilze, Maronen oder Pifferlinge. Aber was mögen Pilze? Natürlich Wärme und Feuchte. Aber ist der Boden deutschlandweit betrachtet denn im Moment feucht genug. Hier sehen wir die Bodenfeuchte in 10 bis 20 Zentimetern Tiefe unter der Oberfläche. Und in weiten Teilen, in diesen orangen Bereichen und gelben Bereichen, ist der Boden zu trocken. Ja, in Nordrhein-Westfalen, da haben wir dann doch durchaus feuchte Regionen und direkt am Alpenrand. Aber ansonsten wäre so ein bisschen Regen nicht schlecht. Und jetzt schauen wir doch mal, kommt in den nächsten Tagen Regen auf uns zu? Die Prognose zeigt, ja, da tut sich etwas. Farbe bedeutet, es fällt Regen. Aber man sieht dann auch in Deutschland, es kommt was rein. Aber danach verändert sich die Farbe nicht mehr. Das heißt, es gibt einmal Regen, aber keine großen Mengen bei uns. Weiter südlich, hier, da schüttet es kräftig. Aber bei uns, im Süden Deutschlands, schaffen wir so 10. Einen wunderschönen guten Abend. Heute war das doch ein spätsommerlicher Tag und vielleicht waren Sie draußen unterwegs, vielleicht sogar im Wald. Und Herbstzeit, das ist ja auch Pilzzeit. Wenn Sie Pilze sammeln möchten, bitte nur, wenn Sie sich wirklich gut auskennen. Das kann ja lebensgefährlich sein, wenn man zum Falschen greift. Aus Versehen. Das ist ein Parasol. Und das Bild ist vom heutigen Tage, also von heute Nachmittag. Ich verrate natürlich nicht, wo Pilzsammler wissen und verrät nie, wo man seine Pilze gesammelt hat. Es ist ja die Zeit auch für Steinpilze, Maronen oder Pifferlinge. Aber was mögen Pilze? Natürlich Wärme und Feuchte. Aber ist der Boden deutschlandweit betrachtet denn im Moment feucht genug? Hier sehen wir die Bodenfeuchte in 10 bis 20 Zentimetern Tiefe unter der Oberfläche. Und in weiten Teilen, in diesen orangen Bereichen und gelben Bereichen, ist der Boden zu trocken. Ja, in Nordrhein-Westfalen, da haben wir dann doch durchaus feuchte Regionen und direkt am Alpenrand. Aber ansonsten wäre so ein bisschen Regen nicht schlecht. Und jetzt schauen wir doch mal, kommt in den nächsten Tagen Regen auf uns zu? Die Prognose zeigt, ja, da tut sich etwas. Farbe bedeutet, das fällt Regen. Aber man sieht dann auch in Deutschland, es kommt was rein. Aber danach verändert sich die Farbe nicht mehr. Das heißt, es gibt einmal Regen, aber keine großen Mengen bei uns. Weiter südlich hier, da schüttet es kräftig. Aber bei uns im Süden Deutschlands schaffen wir so 10 bis 30 Liter. Und die 30 aber eher im Allgäu. Und im Norden Deutschlands sind es eher 5 bis 10 Liter Regen, die wir da erwarten dürfen. Und diese Regenmengen, die kommen natürlich nicht in den nächsten Stunden auf uns zu. Da ist es tatsächlich noch ruhig. Wir haben eine Nacht, die ist meistens sternenklar. Im Süden, zum Beispiel an der Donau, kann sich Nebel bilden. Nach Nordwesten schon ein paar dichtere Wolken. Aber eben noch kein Regen. Und es ist eine warme Luftmasse. Das spüren wir auch. Also in den Frühstunden, wo es normalerweise am kühlsten ist, reden wir teilweise über Werte nicht unter 18 Grad. Im Vogtland 9 Grad. Das ist für die zweite Septemberhälfte bemerkenswert mild. Es könnte ja auch frostiger sein. Also Bodenfrost wäre schon nicht unmöglich um diese Jahreszeit. Der morgige Vormittag. Da haben wir teilweise noch Sonne. Insbesondere im Osten. Von Westen allerdings tauchen schon erste Wolken auf. Ein paar feine Schauer, ein paar Regentropfen sind schon drin. Aber das sind die Vorboten dessen, was sich da tut. Zum Nachmittag hin zieht eine sogenannte Kaltfront von Frankreich herein. Und die bringt kräftige Schauer. Teilweise auch kräftige Gewitter. Mit Sturmböen. Also da geht es ordentlich zur Sache. Während in der Osthälfte einfach noch Sommerwetter herrscht. Da scheint die Sonne und da ist es auch noch warm. Höchsttemperaturen am Nachmittag in der Spitze bis 29 Grad. Während wir im Westen bei Regen teilweise nicht über die 19 Grad hinweg kommen. Wind weht aus südlichen Richtungen. Schwach bis mäßig. Abseits der Gewitter. Und die weiteren Aussichten. Danach ist es deutlich kälter und wechselhaft. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum 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 nächsten Mal. Vielen Dank.